Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Was ich mich hier gerade schmecken lasse, müsstet ihr eigentlich selbst probieren und vor allen Dingen einfach mal riechen. Der leckere Oh Yes Strawberry Peanut Butter Riegel ist ein richtiger Genuss. Also hier kommt die Kombination von Erdnussbutter und von Erdbeermarmelade zusammen. Also dieses Erdbeer Jelly hat so eine eher ein bisschen Marmeladenkonfitürenartige Konsistenz und vor allen Dingen einen sehr leckeren Geschmack in Kombination mit den Erdnüssen hier. Und der Erdnussbutter, das Ganze überzogen mit so einer Art Schokolade, aber das Ganze ist auch für die Low Carb Diät gemacht. Ihr seht hier 27 Gramm Protein, keine Transfettsäuren und das Ganze in einem wirklich unbeschreiblichen Geschmackserlebnis. Meiner Ansicht nach auf jeden Fall einer der besten Riegel, die es gibt. Ich weiß ja, viele feiern die Quest Bars, aber diese Oh Yes sind auf jeden Fall richtig lecker. Also ihr seht schon mal, wie der aussieht und der hat ein unglaubliches Aroma, was man sogar riechen kann. Hier ist schön mit Erdnüssen überzogen und das Ganze ist eben nicht einfach Schokolade, sondern da wurden eben die Zucker gegen Zuckeraustauschstoffe ausgetauscht. Das ist auf jeden Fall als Sportler schon jede Menge wert. Insgesamt darf man so einen Riegel natürlich nicht unterschätzen, wenn wir das Ganze mal hier zusammen basteln. Seht ihr, es sind in der Summe 370 Kilokalorien, also nicht gerade wenig. Die kommen natürlich auch zum Teil hier aus den Proteinen, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach als Sportler eine kleine Sünde, die nicht so sündhaft ist, wie irgendein Schokoriegel, den es auch im Supermarkt einfach so zu kaufen gibt. Von daher ist das hier auf jeden Fall die bessere Alternative. Ich lasse mir den auf jeden Fall schmecken, ihr glaubt gar nicht, was ich gerade für einen Speichelfluss habe. Wir sehen uns im nächsten Video, viele Grüße, euer Simon.